UNTERTITELUNG Hast du mich deshalb hierher bestellt? Deswegen habe ich meine Cartoons sausen lassen? Und du hast mir gesagt, es sei wichtig. Wir gehen nach Hause. Wir nimmern und bitte glotz nicht so bescheuert, als ob ich dich hätte sitzen lassen. Zwei gefallene Engel wollen endlich wieder zurück in den Himmel. Ausgezeichnete Arbeit! Ein Trip nach New Jersey könnte ihr Comeback bedeuten. Es gibt nur ein Hindernis. Was sind sie? Was haben sie mit mir vor? Du sollst zwei Engel davon abhalten, den Himmel zu betreten und dadurch die Negation allen Seins verhindern. Ich hasse es, wenn man Leuten alles fünfmal sagen muss. Ihr Namt? Ich beauftrage dich mit einem heiligen Kreuzzug. Der dazu auserkoren wurde, sie aufzuhalten. Unterstützt von allem, was der Himmel so drauf hat. Ich bin Jay. Und das ist mein Heteropartner Silent Bob. Das kannst du ja wohl nicht ernst meinen. Propheten, gewissermaßen. Was ist mit Sex? Kein Sex. Typen wie wir, die fallen nicht einfach so vom Himmel. Ach du heilige Scheiße. Was sind sie? Ich war der 13. Apostel. Sie kannten Christus? Kannte? Der schuldet mir noch zwölf Mäuse. Ich wusste doch, dass ich sie schon mal gesehen habe. Lass mich raten, der 14. Apostel. Zwei Fahrkarten nach New Jersey, bitte. Jersey ist schon voll, Sir. Vergessen Sie nicht, das ist ein beliebtes Reiseziel. Und wenn Sie Erfolg haben, ist von dir, mir, der ganzen Geschichte hier einfach nichts mehr da. Ich bin Han Solo, du bist Chewie und sie ist Ben Kenobi. Wappnet euch für den Zorn Gottes. Jeder, der nicht tot ist oder einer anderen Ebene der Existenz angehört, sollte seine Ohren zuhalten. Und zwar ab jetzt. Die ganze Welt ist gegen uns, Alter, ich schwör's dir. Wie ist er denn so? Gott? Er hat einen tollen Sinn für Humor. Na, na, Sex zum Beispiel. Sex ist im Himmel ein Wiss. So wie ich das sehe, ist das bei euch hier unten auch nichts anderes. Alles klar?